ja also hier mal eine kleine preview von unseren aufnahmen aus der stratosphäre aus über 35 kilometern höhe wo man das schwarze welt und das blau des planeten sieht da war typo 3 und das soll jetzt nur so kleine preview sein auf den aufnahmen die wir später hochladen wird dann auch die bergung zu sehen sein und auch die aktion wie der liebe herr der landwirt die sonde einsammelt und nach hause transportiert auch das gehört zum abenteuer stratosphärenflug mit dazu ich hoffe die aufnahmen gefallen wenn es die später gibt seid gespannt